Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr habt es schon im Titel gelesen. Es geht heute um den Innenraum. Und genauso wie wir es auch für den Außenbereich gemacht haben, gibt es heute mal das Basic-Set für den Innenraum. Und hier kann ich euch eins sagen, das wird noch schwieriger. Ich habe am Anfang gedacht, ja Innenraum, das ist ja eigentlich gar nicht so aufwendig vom Material her. Aber umso länger man darüber nachdenkt, umso schneller merkt man, das ist aber doch schon ganz schön differenziert. Weil nicht jeder Innenraum ist gleich und der nächste hat die Art von Sitze, der andere hat die Art von Sitze und so weiter. Und deswegen mal mein Basis-Setup für den Innenraum. Und ich bin gespannt, was euer Basis-Setup ist. Schreibt es dann gerne mal unten währenddessen in die Kommentare rein. Ich bin gespannt. Fangen wir mal an. Wir fangen erst mal mit der Sache an, die am einfachsten ist. Und zwar hier drüben Glasreiniger. Den haben wir eigentlich noch direkt aus dem Außenbereich-Set mit dabei. Deswegen steht es hier am Rand. Glasreiniger hier nutze ich innen und außen, ganz klar. Und deswegen haben wir das eigentlich in dem Set schon direkt mit drin, wenn wir uns so und so schon was für außen geholt haben. Ob ihr jetzt diese Tücher oder Glasmitz nach innen und außen trennt, ist euch überlassen. Ich verlinke euch, wie gesagt, unten mal ein paar coole Sachen, die ich eigentlich für sehr sinnvolle Werkzeuge halte. Und die Sache stelle ich jetzt mal mit an den Rand dazu, weil wir das ja eigentlich schon im Außenbereich mit dabei haben. Also das soll man so ein bisschen entklammern. Solltet ihr aber auf jeden Fall mit dabei haben. Und jetzt kommen wir eigentlich zu der Klasse von Reinigern, die man immer mit in so einem Basic-Set mit drin haben sollte. Und das sind hier diese Ready-Interior-Cleaner, wie es hier zum Beispiel von die Turner das Modell gibt. Aber die meisten Hersteller haben so einen sehr multifunktional einsetzbaren Innenraumreiniger. Der Reiniger hier für die Turner zum Beispiel, einfach mal stellvertretend als Beispiel, geht auf Vinyl, Kunststoff, Textil, Leder. Und das ist natürlich eigentlich schon der Punkt, wo man sagt, ja was, brauchen wir jetzt hier sechs oder sieben verschiedene Reiniger? Eigentlich nicht. Vor allen Dingen nicht in der Basis, die wir uns hier schaffen. Und deswegen sucht euch einen schönen Innenraumreiniger raus. Ich verlinke euch unten noch ein paar mit rein, die man für viele, viele Oberflächen nutzen kann. Weil ihr wollt euch eine Basis aufbauen. Da hole ich mir nicht erst mal zehn Flaschen. Da sieht doch schon überhaupt keiner mehr durch. Lieber erst mal einen schönen Einstieg. Und zu so einem Reiniger hier, wie gesagt, meine absoluten Favoriten, wisst ihr ja auch schon, findet ihr natürlich auch noch die passenden Werkzeuge. Und jetzt habe ich mir überlegt, nimmst du einen Applicator mit rein? Aber einen Applicator nimmst du eigentlich manchmal so ein bisschen bei Kunststoff und Kunststoffpflegen und sowas. Aber Kunststoffpflege ist eigentlich schon wieder gar nicht mehr die Basis. Das geht ja schon in die nächste Stufe sozusagen rein, dass wir das Ganze auch noch mal mit einer Pflege behandeln. Aber wir wollen erst mal die Basis aufbauen mit Reinigung. Deswegen der Reiniger dazu. Und jetzt muss ich eigentlich sagen, so ein Scrubpad hier, wie ihr es hier seht, ist eigentlich auf so viele Oberflächen problemlos einsetzbar. Und deswegen ist es zum Beispiel ein Update zum letzten Jahr. Hier so ein Scrubpad für den Innenraum. Ihr könnt euch auch zwei holen oder drei, je nachdem. Aber hier für einen absoluten Basiseinstieg, finde ich, ist so ein Scrubpad eigentlich gar nicht mal so schlecht. Weil ihr habt auf einer Seite hier diese Scrubfasern. Mit denen könnt ihr natürlich wunderbar Kunststoff reinigen. Ihr könnt es auch auf Leder nutzen und so weiter. Ist ziemlich weich, wie gesagt, ganz leicht nur drücken und dann funktioniert das super. Und auf der Rückseite habt ihr natürlich die Mikrofaseroberfläche. Die könnt ihr natürlich nutzen, um zum Beispiel Reiniger wieder runterzunehmen. Das geht auch gut. Aber ihr könnt die auch nutzen, um nochmal speziell beim Türeinstieg zum Beispiel auch damit zu arbeiten, wenn ihr nicht diese Scrubfaser nehmen wollt. Also so ein Pad, finde ich, egal wo ihr es jetzt erstmal einsetzt mit dem Raum, finde ich eigentlich sehr cool gemacht. Auch am Lenkrad sehr gut nutzbar. Das heißt, wir haben den Reiniger, wir haben das Reinigungswerkzeug dazu. Und jetzt brauchen wir natürlich noch Mikrofasertücher. Und da hat jeder so seinen eigenen Spleen, wenn man das so mal definieren kann. Ihr wisst, ich bin ein Fan von weißen Mikrofasertüchern im Innenraum. Weil die Verschmutzungen im Innenraum meistens so einen Grauton haben, so eine Art Fettfilm und so weiter. Und deswegen, das ist bei einem grauen Tuch, wie wir es jetzt hier mal haben, hier unten, beim Tuchvorrat, seht ihr hier. Wenn ich jetzt hier damit über das Cockpit gehe oder über das Lenkrad, gucke ich hier rein und denke mir so, ja, ist jetzt hier Schmutz drin oder nicht? Wenn ich das mit dem Tuch mache, sehe ich ganz klar, wo da die Schmutzränder sind und wie viel auch noch da ist. Und deswegen mein Tipp, ist nur meine persönliche Meinung dazu, weiße Tücher im Innenraum finde ich am besten, von der Farbe her. Hier 500 GSM, 40x40, schön weich, könnt ihr das super nutzen, um den Reiniger damit rauszuziehen, aus der Oberfläche oder abzuwischen. Und das lässt sich sehr gut machen. Wie gesagt, es gibt noch viele andere Farben. Wir können auch ein gelbes Tuch nehmen, da geht es auch. Aber ich finde halt weiß im Innenraum einfach am besten. Ich habe euch auch dazu ein Video gemacht, dass ich das für am sinnvollsten erachte. Genauso hier bei den Scrubpads. Jetzt, es gibt ja hier das Collection Scrubpad, nichts gegen eine Collection, aber die Oberfläche hier vom Scrubpad ist halt schwarz. So, und wenn ich jetzt reinige, grauen, dunklen Schmutz in einer schwarzen Oberfläche, ich sehe doch gar nicht, was los ist. Das habe ich euch am Scrubpad-Vergleich ja auch mit als Punkt mitgegeben. Also da würde ich auch definitiv empfehlen, das Ganze mal auf eine helle Farbe umzustellen. Und hier bei dem Weiß, da seht ihr auch schon hier, das hat schon leichte Flecken mit drin. Da wisst ihr, ah, okay, es ist noch Schmutz da. Es ist noch Schmutz auf der Oberfläche. Und ihr wisst auch, okay, mein Pad ist noch schmutzig fürs nächste Mal. Das ist nicht 100% sauber. Also Weiß ist so eine Farbe, die ich mit dem Innenraum sehr gern in Verbindung bringe, damit wir einfach die Verschmutzung sehen und wie viel ist dann auf der Oberfläche drauf und wie viel habe ich dann runtergereinigt. Reiniger, Werkzeug, Werkzeugtuch zum Abwischen. Und jetzt kommen wir noch zu einer Sache, die eigentlich jeder im Fahrzeug haben sollte, beziehungsweise in seinem Reinigungsequipment. Und das ist dieses Tuch. Ich zeige es bei Workshops immer super gern, weil die Leute das einfach, die glauben es nicht. Ich sage den Leuten, das ist das weicheste Tuch, was ihr jemals in euren Händen gehalten habt. Und dann schaut ihr so ein Video von mir und sagt, ja, Sebastian, das kannst du ja immer erzählen. Und deswegen habe ich dieses Tuch eigentlich immer zu 99% auch bei den Workshops mit dabei, außer ich vergesse es. Und dann gebe ich das den Leuten einfach mal in die Hand und die geben das mal im Kreis rum. Und dann wissen die, okay, Sebastian, das 100% bin ich da deiner Meinung. Ist ein Staubtuch für den Innenraum. Das ist das ADBL Schick, wer das schon zu Hause hat. Ich gehe mal fest davon aus, diejenigen sind auch große Fan davon geworden. Das ist ein Tuch, was man trocken nutzt. Ihr habt zwei Seiten, einmal eine etwas kurzflorige Seite und dann die super ultra weiche, flauschige Seite. Holt euch das Ding einfach mal nach Hause. Holt euch das einmal und zeigt das nicht eurer Frau oder euer Mann, je nachdem, wer da im Haushalt öfters mal hier beim Staubwischen aktiv ist. Das nehmt ihr euch aus der Hand. Das ist richtig geil. Also holt euch zwei, dann gibt es einen in den Haushalt und eins nehmt das fürs Fahrzeug. Also es ist ultra krass. Und ich habe jetzt auch noch mal ein bisschen damit herumgeforscht. Wenn ihr das doch mal nutzen wollt, zum Beispiel auf dem Tachodisplay und nehmt einen Reiniger dazu, dann nehmt die etwas kurzflorige Mikrofaserseite, die ist besser geeignet. Und die etwas längere Seite, auf der anderen Seite, das sieht man auch, wenn man das Tuch mal vor sich hat, sieht man hier die kürzere Seite und hier die längere. Das ist aber über die Kamera ganz schwer zu zeigen. Dann nehmt die kurze mit Feuchtigkeit und die Rückseite vom Tuch, die weiche Seite, nehmt ihr komplett trocken für Staub und sowas. Und deswegen habe ich meistens auch immer zwei und noch mehr Tücher in meinem Inventar. Also das ADBL Schick im Moment noch für mich in dem Bereich komplett ungeschlagen. Ich habe noch nichts als Alternative gefunden. Es ist wirklich ultra, super ultra, ultra, ultra weich. Es ist einfach mega, das Ding. Das sollte definitiv in so einem Basisset mit drin sein. Jedenfalls, wenn ich mir jetzt eins bauen würde. Und jetzt kommen wir noch zu einer speziellen Sache, was ich am Anfang angesprochen hatte. Der eine hat Textilsitze. Kommt damit hier super zurecht. Wunderbar. Der nächste hat Alcantara. Der nächste hat Leder. Dieser Reiniger ist auch für Leder mit freigegeben. Jetzt sagt ihr aber, okay, ich habe wirklich ein sehr spezielles Leder. Ich will da wirklich auf 100% Nummer sicher gehen. Da habe ich jetzt hier einfach mal so ein Lederpflegeset mit hingestellt von LederMax. Und zwar, da ist halt immer der Punkt, wenn ihr jetzt Ledersitze habt und sagt, okay, ich will das Auto wirklich sehr lange fahren. Ich will da wirklich 100% sicher gehen. Und da hole ich mir ein Lederpflegeset. Und jetzt sind wir schon an dem Punkt, wo man entscheiden muss, holt man sich bei so einem Basisset nur so einen multifunktionalen Reiniger, der natürlich auch für die Oberflächen gedacht ist, oder sagt man wenigstens bei Leder zum Beispiel, hole ich mir nochmal so ein Lederpflegeset. Deswegen habe ich es mal mit hingestellt. Wenn ihr jetzt Textilsitze habt, braucht ihr das nicht, holt euch das hier fertig. Wenn ihr aber einen Ledersitz habt, dann könnt ihr euch hier so ein LederMax-Set mit nach Hause holen zum Beispiel. Einfach mal als stellvertretend. Weil da wisst ihr auf jeden Fall, 100% safe für Leder. Auch speziell dafür ausgelegt, nicht so ein multifunktionaler Reiniger, der für alles sicher ist. Aber natürlich, wenn ihr mal hartnäckige Verschmutzung habt, speziell auf einer Lederoberfläche, dann wird hier so ein Spezialreiniger immer besser arbeiten, als so ein Reiniger, der wirklich für alle Oberflächen sanft eingestellt ist. Einfach als Beispiel. Deswegen habe ich überlegt, nimmt man jetzt so ein Set mit in die Basis mit rein, ja oder nein. Ich muss ganz klar sagen, so nach längerem überlegen. Wenn ihr Ledersitze habt, holt euch ein spezielles Lederpflegeset am besten, wo gleich alles mit drin ist. Hier habt ihr zum Beispiel den Reiniger mit drin, ihr habt die Lederpflege mit drin, zwei Schwämme, einer zum Auftragen, einer zum Reinigen. Auch eine Anleitung dazu. Und das auch hier in dem Set, in 100ml jeweils, kommt ihr super lange hin, weil die Ledersitze sind natürlich hier nicht 80 Quadratmeter. Da kommt er hier mit ein paar Tropfen schon fast über den ganzen Sitz und könnt ihr ja lange so ein Set hier nutzen. Also, das ist mein Basisset für den Innenraum. Schreibt mal eure Artikel unten rein, was würdet ihr jetzt noch mit dazu nehmen, wo ihr sagt, ein Pinsel gehört dazu, ein Pinsel gehört dazu. Habe ich auch überlegt, aber im Nachhinein so eigentlich, naja, also für die absolute Basis braucht man dann schon einen Pinsel. Ja, kann man und das ist immer wieder bei dem Punkt, jeder wird was anderes sagen. Der nächste sagt, du brauchst mindestens noch einen schönen Staubpinsel hier von Chemical Works, von super weichen, ich sehe sie da drüben schon in meiner Halterung stehen. Oder den Pinsel noch und den Pinsel noch oder das und das noch. Ich habe aber überlegt, wirklich die absolute Grundbasis, finde ich, ist man damit wunderbar ausgestattet. Und Reiniger, Staubtuch, das ist schick, zwei bis drei Tücher hier in weiß am besten, noch ein Scrubbed dazu, Glasreiniger und Tuch haben wir schon vom Außenset mit und vielleicht noch was speziell für Leder. Und damit seid ihr eigentlich perfekt ausgestattet. Und da könnt ihr jetzt natürlich wieder beliebig das erweitern, um einen Alcantara-Reiniger speziell, obwohl der das ja auch macht. Oder holt euch noch da und da und da und dafür einen speziellen Reiniger, aber das machen wir ja bei der Außenpflege genauso, dass wir uns da langsam steigern. Das ist mein Einstiegsset für den Innenraum. Ich bin mal auf eure Meinung gespannt. Schreibt es mal unten rein. Mir machen solche Basisvideos unheimlich viel Spaß, weil man auch selber nochmal so ein bisschen durch das Thema durchtaucht und einfach überlegt, was braucht man denn, was braucht man denn unbedingt, worauf kann man am Anfang vielleicht verzichten, wo arbeitet man sich noch ein bisschen rein und so weiter. Da bin ich sehr gespannt, was ihr jetzt sagt. Vielen Dank fürs Zuschauen, freue mich über den Daumen nach oben. Kanal auf jeden Fall abonnieren und die Glocke auf alle Benachrichtigungen stellen. Ich habe es jetzt schon ganz oft in letzter Zeit, dass Leuten zum Beispiel auch das Gewinnspielvideo nicht angezeigt wurde. Oder zum Beispiel ein Livestream nicht angezeigt wurde. Aktiviert die Glocke. Ich werde euch jetzt fast in jedem Video darauf hinweisen, weil das immer und immer wieder vorkommt. Glocke aktivieren, vorher abonnieren, Daumen nach oben nicht vergessen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bei Fragen hier unten die WhatsApp-Nummer nutzen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal mit dem nächsten kleinen Basisvideo. Haut rein. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.